Ja, das ist Ihr Schöpeter. Ey, ich will was Ihr da. Vielleicht für irgendwas über Airmo noch. Das ist doch selbstverständlich. Möchte wohl nicht mehr sehr mit den Gast plittieren. Er kann'n sich schon mal geordentlich, die sich vor nur aufbauen. Oh! Ja, okay, Alarm, gut noch mal. Zeig sie, wie nutzt's sie mich? Selbstverständlich. Du hast mir beschroren, sich mit jetern Airmo zu treffen. Hallo, Willkommen! Bitte überlegen! Kommt mit der Zwerg gegen die Feuerziele? Einwegegen seine Wieskarte! Ja! Die Feuerziele Die Feuerziele Die Feuerziele Die Feuerziele Vielen Dank. Vielen Dank.